Herzinfarkt. Was ist das? Herzinfarkt ist der Verschluss eines Herzgefäßes, sodass der abhängige Herzmuskel kein Blut mehr erhält und bei andauernd dann absterben würde. Symptome? Der Patient hat stärkste Schmerzen auf der Brust, als würde ihm ein Panzer auf der Brust stehen. Komplikationen? Die schlimmste Komplikation ist der Herztod, also das Versagen der Herzleistung und damit der Tod des Patienten. Behandlung? Möglichst schnelle Wiedereröffnung des verschlossenen Gefäßes, möglichst innerhalb einer Stunde. Danke.